Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Hassels. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 65 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 990 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017